Also Jimmy, wie du weißt, drehen wir heute das Intro für DreamWorks. Du musst im Prinzip nicht viel machen. Stell dir einfach vor, du würdest angeln auf einer Mondsichel. Wirf einfach die Angel aus und bleib da sitzen. Okay. Alle auf ihre Positionen, Hintergrund, Ton, Special Effects, Kamera und bitte. Oh Gott, Jimmy, was ist denn jetzt passiert? Alles in Ordnung? Chef, das ist mein Arapaima. Der heißt auf Lateinisch Arapaima Gigas. Der ist der größte Fisch des Amazonas. Das ist doch beeindruckend. Tom, ist es dein Ernst? Ich würde heute gerne noch fertig werden. Entferne einfach den Fisch und schau, dass es Jimmy gut geht. Meine Güte und beeil dich. Okay, Jimmy, du wirst gleich mit den Luftballons nach oben gezogen und lässt sie dann bei der Markierung los. So landest du am Ende auf der Mondsichel. Und ist soweit alles okay? Naja. Jimmy, Jimmy, lass los. Jimmy? Sorry, Chef. Ich habe die Markierung vergessen. Nein, mit solchen Leuten will ich einfach nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, okay. Das machen wir noch fertig. Das eine Mal noch. Okay. Okay. Warum zur Hölle ist DreamWorks falsch geschrieben? Chef, ich habe doch alles richtig geschrieben. Oh, sorry, Chef. Tom, du bist gefeuert.